Moin, da sind wir wieder. Ja, Edmund ist dazugestoßen. Das ist ja wieder ganz toll. Der ist auch schon da. Lass mich mal gerade, warte mal, wir müssen mal hier gerade was anderes machen. Und zwar müssen wir hier ihm, was? Der ist noch auf Expedition, Entschuldigung, der ist noch unterwegs. Tja, wenn man jetzt mal guckt, sieht schon komisch aus, unsere komische Siedlung. Wir haben ein Problem. Wir könnten jetzt jede Menge Holz investieren, was wir nicht haben. Wieso haben wir das eigentlich nicht? Könnt ihr mal endlich mal hier die Bäume fertig machen? Weil sie sind hier eigentlich fertig. Durchschnittliche Wachstum, Boden, Holz, 240, gesund. Aber die kann ich doch jetzt hier ernten. Nee, nicht entfernen. So. Du, die Maianten, da hat man gar nicht angeklickt, ne? So, mach mal. Was denn da heißt? Wir müssten eigentlich mal eine neue Dings bauen. Unterkunft. Jetzt haben wir hier aber eigentlich das Problem. Hier wird angegriffen. Kann man hier eigentlich drüber bauen? Kann man hier drüber bauen? Mach mal Stopp. Mach mal Gebäude. Dann mach mal einen Raum. Was, was kann man da sagen, genau machen? Was ist denn? Wieso haben wir eigentlich keinen Stein? Dings. Äh. Wie sieht denn eigentlich unsere Forschung aus? Das ist das hier, ne? Das machst du nämlich aus diesem Kram. Drei von denen gibt fünf von denen. Ähm. Mach das mal so. Mach das mal so. Und drüben. Der muss erst mal, ich glaube, der muss erst mal irgendwie hier in der Paracke wohnen. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Wir müssen, ich will, erst mal will ich gucken, ob man das hier überhaupt drüber machen kann. Wartet mal. Ich will nochmal jetzt hier einen Blick werfen. Geht denn sowas hier rüber? Tatsache. Geht. So. Dann will ich. Da. Ja, geil. Ähm. Hier hat nichts zum Anziehen. Shit. Ähm. Was ist denn eigentlich besser? 15 Meter. 25. Durchdringen. Angriffsrate mittel 2 bis 4. Langsam 3 bis 5. Treffer schon 60. Anziehen. Und. Oh, haben wir nichts. Äh. Edmund, wo bist du denn? Wieso haben wir eigentlich hier kein... Wo ist unser Waffen-Dings? Bis zu 3. Warten auf Material auf dem Lager drin. Hä? Ähm. Ich mach erstmal Waffen herstellen. Speer. Bis zu 2. Machen. Und den machst du jetzt mal nach da oben. Und da brauchen wir hier ihn. Und du stellst bitte reserviert durch Vivien. Und da ist auch okay. Mach mal. Einen Bogen hat er ja schon. Ja, hier wird oben ohne. Also nicht ganz, aber... Passt schon. Vivien, ähm... Machst du auch was? Nee, äh... Bitte machen. Die greifen jetzt sowieso gleich an. Ja, lass die doch verrotten. Ist mir jetzt wurscht. Die will nicht wirklich, ne? Noch greifen sie nicht an. Die dann... Oh, die hat natürlich... Ähm... Essen findet sie auch ganz toll. Die wird gleich kurz und wird sie einen Zusammenbruch kriegen. Nee, dann müssen wir das mal... Dann müssen wir die kurz übernehmen und wieder wegmachen. Dann nimmt sie ein bisschen was zu essen. Nee, nimmt sie nicht. Ähm... Bitte kommen sie hierher wohl... Latschen die dann rum. Dann müssen wir auch da mal gucken, wie hier... Hier liegt wieder Dings rum, ne? Wie hier Edmund. Und... Ähm... Performt. Und was wir den einstellen müssen. Mal den. 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 Was sind sie denn? Oh! Oh, shit. Das ist schon ziemlich viel, ne? Oh, ich hab was vergessen. Stopp mal. Ähm... Einschalten. Okay, das ist, glaube ich, ein mittleres Problem. Oh, oh, oh. Also 50... Kriegen wir nicht gebacken. So. 50 kriegen wir nicht gebacken. Einfach so. Da muss jetzt unsere, äh... Verteidigung besser werden. Das ist Fakt. Schlachten. Nee, du tust jetzt nix essen. Du tust jetzt hier den flüssigen Bremsstoff mitnehmen. So. Wo ist der jetzt eigentlich? Wo wird der jetzt eigentlich verarztet? Wieso ist der eigentlich in dem Bett? Ach so, wir haben ja eins. Die Arbeiten sind ja da zu zweit. Ah, stimmt ja. Das ist ja Glück. Unversorgte Geräte. Ja, und solche Materialien. Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Sieht eigentlich hier aus mit unserem Ding, äh, voll in einem... Okay. So. Wie sieht's jetzt hier? Lass mal kurz gucken. Das Speer. Äh, gut. Jetzt machen sie hier... Hör mal auf, den Brennstoff zu machen. Den lassen wir jetzt mal weg. Und machen hier den Bogen auch da ruf. So, jetzt haben wir die CPU-Montage erforscht. Was sollen das die eigentlich sagen? Jetzt haben wir die CPU-Montage erforscht. So, wir lassen mal hier gucken, wie das mit der Verwaltung aussieht, mit den Aktivitäten und Mund. Unfähig. Betroffen aktive Asso, die ist da unfähig. So, eins. Versorgen. Wir können doch ihn mal. Hm. Gott, der kann ja überhaupt nichts. Brauchst du auch nicht. Ähm, lass doch ihn mal hier dem Versorgungshandys machen. Jagen. Interessant. Gleichgültig ernten. Da machst du das auch nicht. Schneidern. Ernten gleichgültig pflanzen. Da machst du das auch nicht. Toll. Du bist ein ganz toller Fischbergen. Ähm, kochen. Machst du auch mal weg. Handwerk. Handwerk. Was ist denn? Nullpidu. Was kann der überhaupt? Beobachten. Toll. Hm. Forschen. Tragen. Betroffen aktive trägt Überlebende. Machen wir den so. Jetzt bin ich mal gespannt, was das gibt. Der ist jetzt hier der Depp vom Dienst. Der müsste jetzt eigentlich... Versorgen. Daran erreicht Landwirtschaft. So, lass dir mal hier versorgen. Lass dir mal das ganze Zeug durch die Gegend tragen. Der ist mir jetzt ziemlich Latte. So, und dann kann er sich nämlich da drum kümmern. Da bist du nämlich der Depp vom Dienst. Ganz ehrlich. Trägt, macht, tut. Guter Mann. So, müssen wir jetzt hier aber mal schauen. Ähm. Da müssen wir jetzt mal eins mehr machen. Und dann können die das essen. Buttermann 2. Kaffee. Okay. Auf Lager 4. Passt. So. Das ändert aber nichts daran, dass wir eigentlich ein Problem haben, wenn wir noch irgendeine Person kriegen. Und hier haben wir sowieso ein Problem. Was denn da heißt, dass wir hier erstmal... Ja, sollen sie machen. Hier, Verteidigung, Sicherheitssignal. Warte. Warte mal, Hochfrequenz, Sicherheitssignal. Warte mal. Ja, vielleicht gibt es ja noch mal. Dann haben wir wirklich ein Problem. Expedition. Trümmer ins Frachthaus. Sicherheitssignal. Okay. Los. Gib Gas. Alter. So. Was wollen die machen? Ach so, hier. Äh, Verteidigung. Zaun. Normalerweise. Warte mal. Wenn man jetzt hier einen Holzzaun nimmt. Und sagt, du kommst jetzt hier rum. Und gehst hier hoch. Und. Gehst da lang. So. Sieht dann eigentlich mit den Bäumen aus. Können wir mal hier was ernten? Die, die erntet doch hier mal rum, ne? Die soll ja nicht entfernen. So. Der schläft, der schläft. Schlafen alle. So. Wie viel von diesen Dingern brauchen wir eigentlich dann da noch? Äh. Warten noch fünf. Okay, muss er machen. Wir brauchen jetzt 495. Ist natürlich, die Lötbank ist natürlich heftig, ne? Die verbraucht natürlich unheimlich viel. Wer ist denn jetzt überhaupt ausgeruht? Nein. Nein. Die geht auf Expedition. Die hat Hunger. Du kannst doch eigentlich forschen, ne? Du stehst jetzt auf und stellst dir Elektronik her. Liegt das Zeug? Was hat denn da jetzt da geholt eben? Ach, da liegt das. Okay. Hier liegen Waffen rum. Müssen wir eigentlich mal was auf den Schrank machen, ne? Nö? Was war denn das jetzt hier? Hä? Aufgabe Elektronik. Bis zu. Wieso ist denn da jetzt Silizium da drin? Verstehe, wer will. Alter, du solltest Elektronik herstellen. Neues Insektenlässt, brauchen wir nicht. Oh Gott. Stell dir Elektronik her. Kann er wahrscheinlich nicht. Hab mir nicht aufgepasst, ne? Hab ich nicht aufgepasst. Sag mal her. Ja, hab ich mich verklickt wahrscheinlich. So, das soll er machen. Die ist auf Expedition. Insektenlässt brauchen wir nicht. So, dann bauen wir hier. Die tun sie auch nicht abbauen, ne? Gut, der Edmund ist jetzt halt der vom Dienst, wenn man so will. Aber, ja, achso, naja, gut, okay. Da wird endlich geschlachtet. Wisst ihr das eigentlich, der das jetzt hier macht? Bist du das? Wer ist denn das? Und hier liegt auch Stein rum. Und was machst du denn? Du tust mal hier. Ruhlstein, kein verfügbarer... Ach. So. Dann ist das hier... Wird es beim Backen gemacht? Ja. Siegelsteine werden da gemacht. Backen, Siegelsteine. Bis... 200. 200. So. Er macht hier Zaun-mäßig. Ne. Expedition abgeschlossen. Wie sieht es denn da aus? Ich fand Abschluss etwas... Kleine Materie. Ich habe keine Waffen. Keine Waffen war es etwas. Aber vielleicht wurde ich am Abschluss zerstört. Toll. Total für die Füße. Ähm. Ich glaube, hier müssen wir verwaltungsmäßig nochmal ran. Mache jetzt zwei dahin. Bergen, Bergbau, Holzfällen. Kannst du da irgendwie... Ja, Holzfällen. Mach das erstmal so. So. Wir haben ein Lagerproblem. Wenn mir nicht so alles täuscht, dann nehmen wir doch einfach und machen was anderes. Wir machen hier Lagerraum. Lagerregale aus Medallschrott. Und da tun wir jetzt erstmal alles rein. So. Jake, was machst du? Frau, was baust du denn? Ah ja, holst du das Holz. Wieso holst du das Holz eigentlich da hinten? Wir haben doch irgendwo Holz. Edmund? Armschiff bergen. Bitte. Haben wir ja schon Sperre hergestellt. Ja, hungrig ist er. Das ist mir jetzt ein Wurscht. Das ist mal so auszudrücken. Ach so, Stein. Okay, wo Gebäude neu. Da achte es, dass alles klar und Möbel. Ah ne, Licht ist es, was man Neues haben. Kaminofen. Alles klar. So, dann gucken wir doch mal, was die Wissenschaft uns sagt. Äh, was die Wissenschaft uns sagt. Wir nehmen. Was brauchen wir? Wir nehmen eine... Ne. Was ist eigentlich der Unterschied? Wieso eigentlich gefriert wurden? Hm. Egal. Wir machen jetzt erstmal hier. Da haben wir eigentlich noch das Problem hier mit unseren... Elektronikdingern. Die brauchen Tag. Ich mach das mal so. Und... Akkuoptimierung. Das und da brauche ich Sprit rein. Warte mal so. Kann ich, kriege ich das eigentlich da hin? Schiff, bleib ich mal mit dem ersten Jahr. Ne, warte mal so. Da machst du den weg. Und den hin. Was kann man eigentlich in der Distille machen? Den Kram. Süßen-Sirup und Du. Insektenfette. Äh, Ölpresse. Eine Ölpresse aus Holz und Öl. Okay. Geborgen. Sehr gut. Guter Mann. Hat er gut gemacht. Ähm, mit Beton. Machst du den. Und dann... Was wollen wir noch? Wir holen uns mal... Einen Tee. So. Hast du das Zeugs auch da reingebracht? Edmund schläft. Schläfst du nicht? Nee, die tut hier irgendwas machen, deswegen tust du... Boah. Ähm. Glücklich Fülle, nein. Fülle 55, Fülle 58. Jack. Lagerregal bauen. Jack muss das Lagerregal bauen. Und dann schauen wir mal. So, dann kann der andere, Heinz, nämlich... Dann machen wir das erstmal voll und tun das dann irgendwann mal anders... Äh... Platzieren. So, Edmund ist... Der ist ja jetzt hier und der ist vom Dienst. Warum? Kein verfügbarer Lagerplatz. Kann ich den nur da unten auf dem Boden lagern? Echt? Warte. Heben sie den da nicht... Liegt ihn hier rum. Repariere Holstür, nicht aktiv. Repariere Holstür, hole Stoff. Warte mal, jetzt will ich mal was ausprobieren. Lagerräume. Vorratslager. Kriege ich das da... Kriege ich nicht, ne? Das testen wir jetzt. Mach das mal da hin. Und... Lagerräume. Vorratslager. Dahin. So. Dann holen wir uns den Edmund. Schneiden. Hackt. Nein. Du baust das Vorratslager. Habe ich da jetzt nicht aufgepasst, ne? So. Guck mal. Neun mehr. Das siehst du bei den anderen sonst nicht, ne? So, was macht der jetzt eigentlich? Ach, jetzt holt er das Holz. Guter Mann. Jetzt holt er das Holz. Die erntet, die kocht, ist wichtig. Erforschen. Das will ich wissen. Ah, holen wir Steine. Was ist da? Wo bringt er das hin? Ja. Okay, das war mein Fehler. Der Kram. Oh je, das müssen wir dann ziemlich zügig mal. Naja, okay. Passt schon. Wir haben jetzt hier Strom. Endlich mal. Der Akku ist voll. Du brauchst fünf von diesen Dingern. Das haben wir ja aber eigentlich. Dann tust du das jetzt bauen. Ich brauche schon ziemlich viel von diesen Dingern, ne? Das ist schon übel, aber macht nichts. Er muss jetzt nochmal bauen um 22 Uhr. Und dann kriegen wir das noch gebacken. Dann haben wir die zweite Batterie. Zack. Nimmt sie was zum Essen. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken, ob hier alles grün ist. Warten auf Arbeiter. Hose 1, Hose 1. Die haben wir halt nicht. Den Helm auch nicht. Brennstoff 70. Immer noch nicht. Wieso dann eigentlich nicht? Ne, wir müssen erst mal die Sperre machen. Machen wir aber in der nächsten Folge, ne? Bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Ciao.